So Leute, heute soll es mal wieder um eine Wochenaufgabe gehen. Das Ganze nennt sich hier in dieser Woche harte Fakten. Ich werde euch heute eine vorstellen, die nennt sich Besuche verschiedene Ego-Außenposten. Ihr müsst insgesamt 5 Außenposten besuchen und wo die sich befinden, werde ich euch gleich zeigen. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da, falls ihr neu da seid und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Der erste Außenposten befindet sich hier in der Nähe von Holy. Ich werde euch das Ganze gleich mal auf der Karte markieren. Wenn wir dort gelandet sind, können wir auch gleich mal direkt eine Truhe durchsuchen bzw. 2 Truhen. Dann habt ihr schon mal hier fast 2 Aufgaben erledigt. Eine Truhe durchsuchen. Ihr müsst nämlich insgesamt 7 Truhen durchsuchen und da oben befindet sich noch eine Truhe. Dann habt ihr schon mal 2 und das Ganze befindet sich hier auf der Karte, ganz genau hier. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum Außenposten Nummer 2. Der zweite Außenposten befindet sich hier in der Nähe von Misty Meadow. Falls ihr da irgendwie noch Hilfe braucht bei der Aufgabe, suche das Versteckte N. Das dauert ja jetzt noch ein bisschen, bis das Ganze für euch freigeschaltet ist. Checkt einfach hier oben das I ab. Dort findet ihr ja diese Infokarte und klickt einfach darauf. Dann kommt ihr direkt zum Video. So, hier wäre schon mal der zweite. Wie gesagt, einfach dann hier kurz ein paar Truhen öffnen. Ihr müsst nämlich auch 7 Truhen öffnen bei solchen Außenposten. Genau, kurze Munitionskiste auch noch mitnehmen. Ich zeige euch nochmal kurz hier die Truhenorte und hier befindet sich dann auch die zweite Truhe. Und ich glaube, da hinten irgendwo müsste sich noch eine Truhe befinden, oder? Ah ne, hier gibt es nur zwei Truhen, oder wie? Ist ja voll lost. Gibt es hier oben noch eine Truhe im Dach? Oder auf dem Dach? Ne, ich zeige euch das Ganze schnell auf der Karte, ganz genau hier. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum Außenposten Nummer 3. Der dritte Außenposten befindet sich hier in der Nähe bei Dirty Dogs. Einfach auch hier wieder ganz kurz landen, dann könnt ihr wieder ein paar Truhen durchsuchen. Dann habt ihr das Ganze ganz easy geschafft. Und hier befindet sich das auch auf der Karte, wie gesagt, in der Nähe bei Dirty Dogs. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum Außenposten Nummer 4. Der vorletzte Außenposten befindet sich ganz genau hier in der Nähe von Lazy Lake. Ich markiere euch das Ganze mal hier auf der Karte. Ganz genau hier einfach wieder landen, ein paar Truhen durchsuchen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum letzten Außenposten. Der letzte Außenposten befindet sich ganz genau hier in der Nähe von Pleasant Park. Einfach auch hier wieder landen. Und wenn ihr hier gelandet seid, dann habt ihr auch schon die ganzen 5 verschiedenen Ego-Außenposten besucht. Das Ganze befindet sich hier auf der Karte. Wie gesagt, hier in der Nähe von Pleasant Park landen, paar Kisten durchsuchen. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video.